Und plötzlich erwacht sein Jagdinstinkt. Ein Schäferhund schaut neugierig aus dem Autofenster. Denn der Fahrer des schwarzen Autos hat extra direkt vor dem Reh am Straßenrand gehalten. Aus dem Auto dahinter wird alles gefilmt. Dann übernehmen die natürlichen Instinkte. Der Hund springt aus dem geöffneten Fenster mit der Leine um den Hals, jagt das Reh durch die Vorgärten. Der Mann, der filmt, lacht sich kaputt. Alles wirkt etwas gestillt. Dabei geht es hier um Leben und Tod zwischen dem friedlichen Reh und dem Schäferhund, dessen Killerinstinkt plötzlich erwacht.